Seit 200.000 Jahren gehen wir Menschen auf die Jagd. Der Wolf seit zwei Millionen Jahren. Wir sagen, das ist die Natur. Die Jagd hängt halt einmal mit Töten zusammen und da haben viele Leute ein Riesenproblem. Weil sich die Leute, wenn sie zum Einkaufen gehen in den Supermarkt, keine Gedanken machen, wie das Fleisch da verpackt reinkommt. Das waren alles Lebewesen. Töten macht nie Spaß. Wenn man weiß, warum man das macht, dann macht es auch Freude. Was immer ich tue, muss so wenig Tierleid wie möglich hervorrufen. Wir haben die Erde durch unser Leben unumkehrbar beeinflusst. Wir haben die Natur durch das, was wir uns geschaffen haben, ersetzt. Wir sind siebeneinhalb Milliarden Menschen. Jeder von uns will leben. Jeder von uns braucht Nahrung. Sucht ein Territorium. Wie der Wolf. Wie das Reh. Die Tiere, die sind einfach da und suchen sie ihren Lebensraum und werden halt fast nirgends mehr geduldet. Das Reh. Die Tiere sind nicht zuständig. Jesus unumfaltPC③. Der Wolf. Bewusst? Dies geht auch unbedingt. Diät. Was gesch exposed.